Ja, wir sind ja gerade mit 6 Mann bei dem Auto dabei, das dauert noch ein bisschen. Ja gut. Scheiße. Hol' mir dann mal. Verstärkung. Oh, oh. Weg da, weg da, weg da. Oh, 3, 2, 1. Oh. Ja gut. Notarzt, hallo. Gut, dass du hier bist. Oh nein, mein ganzes SEK-Team ist am Arsch. Ach du Scheiße, der geht auch gerade drauf, der Notarzt. Dein Notarzt geht auch drauf. Boah, das war knapp, Alter. Juh, 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 Juh. Das soll ein Level17 sein? Okay. Ich hab' Feierabend Idee, tschüss! Ja, jedenfalls da! Schön' Feierabend! Tschüss. Bis morgen vielleicht. Guten Tag, schön euch zu sehen! Bleibt ein Weilchen und hör' zu. Caos Zuwachs! Wollen wir denn machen? Woll die Zeit? Da unten Labertone? Oder Downtown? Ach oh die was auch aus, worauf du Bock hast. Machen wir mal das hier als Gruppe was, genau. Warum wundert mich das, dass du eine asiatische als Bild hast? Kann man nicht ändern, oder? Achso! Kann man vielleicht kaufen. Keine Ahnung. Ich meine, du kannst es ändern. Bin mir jetzt mal nicht sicher. Geldautomatenüberfall haben wir. Wo steht denn das? Siehst du rechts? Fünf Rettungseinsätze. Jetzt siehst du, der erste wird ein Geldautomatenüberfall. Dafür brauchen wir Polizei, SEK-Beamte und jemanden, der die Bombe räumt. Dafür ist der Ingenieur zum Beispiel. Machen. Okay. Piu, piu. Ach so, der Ingenieur? Ja, passt. Dann machst du SEK. Yes. In der Live-Show. Hui. Ich guck gleich. Ich schau mir noch was an. Also auf jeden Fall, irgendwas heißt es im Gange, glaub ich. Weißt du? Wegen Pico und Bombe und so? Stehst du? Versteh ich nicht. Oh shit, ich werd beschossen, Kenny. Du bist geschossen? Ja. Aber nicht von mir. Ist mir egal, aber... Soll ich da weggehen? Wegen down! Ja, wir sind da gerade mit sechs Mann bei dem Auto dabei. Das dauert noch ein bisschen. Ja gut. Scheiße. Ich hole mir dann mal Verstärkung. Noch ein Ingenieur und ein Rettungs-Dude. Ja, ich bring auch noch mal ein Ingenieur mit, weil es sein kann, dass wir da mehrere brauchen. Weil die Zeit scheinbar sehr knapp ist. Sie ist schon rot, Alter. Ich weiß. Oh, oh. Weck da, weck da, weck da. Oh, 1, 2, 1. Oh, oh. Ja, gut. Notarzt, hallo. Gut, dass du hier bist. Hat was zum Brennen angefangen? Ja, natürlich. Okay. Dann hole ich mal ein Tanklöschfahrzeug. Oh nein, mein ganzes SEK-Team ist am Arsch. Ach du Scheiße, der geht auch gerade drauf. Dein Notarzt geht auch drauf. Ah, ah, ah. Boah, das war knapp, Alter. Das soll ein Level 11 sein, okay. Mit deinem Tanklöschfahrzeug einmal direkt auf das Feuerball. Einmal draufspritzen. Ja, sehr gut. So, hält sich die hoch, die Olle? Kann sich die als Spritzhand geben vielleicht? Glaube nicht. Egal. Hau ab. Sagen wir, es war nix. Fahr'n's heim, bitteschön. Hol'n's mal, wenn der noch lebt. Dankeschön. Wie schnell da alles schön eskalieren kann. Ja. Das ist so das Potenzial, was Emergency bietet. Okay, verhaftet dabei die Leute. Okay, Tanklöschfahrzeug ist fertig. Fahrradunfall. Oh Gott, Alter. Wie kann ich hinschauen? Feuerwehrwagen. Hm. Task completed. Kannst du deine Polizei, glaube ich, mal abkommandieren? Okay, fast. Der eine ist noch da und der eine Polizist. Aber danach kannst du den abkommandieren. Brauch'n wir ein bisschen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen. Danke, Ingenieur. Hat sich gelohnt. War toll. Du Troddl. So, jetzt kannst du den der Polizei zurückschicken. Denen geht's genug mit. Danke. Einmal ein Pflaster drauf und das passt schon. Ein Verletzten. Dann hole ich den Rest schon mal hinten rüber. Müssten wir jetzt eigentlich durchsagen. Wenn du kannst, äh, bräuchte ich Rettungswägen bei dem Fahrradunfall. Ja, okay. 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 Rettungswägen zur Basis. Heading to operational area. An emergency has been completed. On the scene. On the scene. Notarzt ist, ähm, am, am Werken, okay. Task completed. Awaiting Instructor, returning to base. Operational area. Komm, den. Wird er schon mal wegschrauben? Arrive's at destination. Ready. On my way. Moving out. Los, mach. Ferdig, los. Got it. Ja, hier. Super schnell. Während dein Notarzt doch blöd im Weg rumsteht. Wie er da schon überrollt. Zwei RTB brauchen wir noch. Und einmal Cops. Echt? Sind? Ah ja, die schaulustigen Liges in meinem Feuerwehrauto. Die gucken alle mein Feuerwehrauto an. Dann hole ich die Cops. Ja, dann hole ich noch ein Rettungswerk. Boah, dass da nicht kracht, ey. Gut, dass das nicht simuliert ist. Ja. Sonst hätten wir hier noch deutlich mehr zu tun. Was passiert eigentlich, wenn man sich nicht um die Schaulustigen kümmert? Keine Ahnung. Und dann blockieren, ich glaube, die blockieren dann, ähm, Plätze. Oh. Bitte gehen Sie heim, es gibt nichts zu sehen. Dann hole ich noch einen, einen Dings, oder? Einen Rettungswagen zum Mitnehmen. Von dem? Von dem? Oh Gott, Alter, was ist denn... Oh nein, was ist denn hier schon wieder passiert? Was ist hier passiert? Wir brauchen schon wieder eine ganze Menge Einsatzkräfte. Aber im Hafen. Ich hole mal den Kran rüber. Ab nach Hause. Ich habe Feierabend, Kelly, tschüss. Ja, das ist ja schon Feierabend, tschüss. Bis morgen vielleicht. So, sehr schön. Ach, du. Okay, äh, soll ich einen Kran holen? Äh, Kran habe ich hier. Okay. Obwohl, ja, wir könnten wahrscheinlich noch einen brauchen, ne? Ich glaube. Ach, okay, der Container muss da weg, damit unser Drehleiterfahrzeug da hin kann, um den da oben zu bergen von dem... Okay, mache ich. Einmal abschleppen, keih, wie ich ja weiß. Oha. Zack. Tote und Verluste. Hehehe. Ähm, dann hole ich mal einen Notarzt. Oder hast du schon? Na, Notärzte habe ich hier oben schon. Rettungswagen könnten wir gebrauchen. Und ich glaube, wir brauchen einen Feuerwehrwagen. Okay. Da brauche ich dich aber irgendwo... Warte mal. Okay. Egal. Da haben wir uns da her. Noch gar keine Schaulustigen da. Ja, sehr gut. Nice, nice, nice. Okay, wir müssten aber noch irgendwas abschleppen, oder? Mal ich doch eins? Ne, das andere hatte ich schon mit dem Kram weggeschleppt. Okay, passt. Bast, bast, bast. Du bist beim Rettungs-Dude dran. Sehr schön. Zwei unverletzte Personen, die werden jetzt da... Okay, die werden da jetzt runterkommen, die Leiter. Sehr gut. Hast du noch Einheiten frei? Wir könnten noch Rettungswagen gebrauchen. Ja, ja. Habt noch genug. Okay, ich mach den, äh, auf den Gleisbett. Soll ich noch eine bringen? Äh, ja, kannst du ruhig. Okay, mach ich. Ist ja unten bei deinem Rettungswagen, da ist ja noch einer. Mhm, war mir nicht sicher, ob du den machst. Für euch gibt's keine Geschenke? Polizei-Ansatz, glaube ich, ne? Okay, ich hol die Polizei. Werft du von Randalierern, ja. Mal dran denken, du musst dann beide Polizeioffizier da drauf schicken. Mhm, mhm. Sonst geht's aufs Maul. Kann man nicht vorstellen, dass das schon alles ist. Ich hol lieber mal noch mehr. Wahrscheinlich SEK wäre auch nicht schlecht. Oh, shit. Die attackieren uns. Ah. Ist nicht jemand Ärger? Oh, shit, Messerstecher. Ja, sehr gut. Warst du schon? Ja, bei der 5 bin ich gerade dabei. Bei der 4? Ich überlege gerade, ist da noch irgendwas? Ich sehe nämlich nichts, aber... Oh. War vielleicht schnell. Du kannst in den Krankenwagen abziehen, oben bei der 3? Mhm. Dann sollten wir 3 und 4 eigentlich gleich geschafft haben. Ja, sehr gut. Brauchst du wen? Ähm, für die Schaulustigen da unten, oder? Sind das welche, die da rumstehen? Die da hinter den Leuten stehen? Nö, bei der 5 meinst du, ne? Mhm. Nö, nö, da ist alles okay. Aber du kannst noch einen Polizeiwagen schicken. Ich kriege nämlich einen nicht mitverhaftet. Ja. Ja. War das schon alles? Hey, beschrei sowas nicht, ey. Gleich passiert wieder irgendwo was. Der letzte Einsatz, der ist jetzt der schlimmste. Ja, das ist der letzte. Vier von 5, oder? Vier von 5, oder? Achso, abgeschlossen, ne? Ja, aber das ist der 5. Ja. Schön. Wenn ich jetzt noch eine Bombe auf einmal hochgehe, dann sieht das ganz gut aus. Speedrun, easy, no problem. Gar kein Thema für uns absoluten Oberprofis, ey. Damn. Oh, yeah. Diesmal raucht doch kein eigenes Fahrzeug im Hintergrund ab. Ja, stimmt. Weißt ja auch, dass da bei der Bombe genug Leute draufgegangen sind von uns. Alles richtig gemacht. Ja, die Bombe, ja. Ich hätte schon wieder fast vergessen. Erhöhter Explosionsschutz. Erhöhter Feuerschutz für SEK-Beamte. Nahkampfschutz. Schuss-Waffenschutz ist auch nicht schlecht. Schuss-Waffenschuss. Komm. Nehme ich die goldene Mitte. Die meisten Kranbejagungen, die meisten Verletzten. Und ein verletztes Einsatzpersonal. Klar, warum ihr selber behandelt? Boah, von mir wurden drei Leute verletzt. Von dir wurden zwei verletzt, einer schwer verletzt. Ja, das waren die beiden, die eigentlich die Bombe entschärfen sollten. Die Trottel. Aber die Chaos-Entwicklung geht noch. Also unser höchstes Chaos lag bei 47%. Chaos-Entwicklung? Okay. So heißt das. Äh, kannst du das sehen, wenn du auf Graph-Statistik gehst? Ich bin schon raus aus dem... Achso, ach, schade, okay. Da kannst du dann sehen, was das maximale Chaos war. Okay. Irgendwas ist bei den Sammlungen. Irgendwas wird mir hier angezeigt bei den Upgrades. Ich würde mal einen Karten einsehen. Du kannst es halt upgraden. Du kannst schon mal in die Karte upgraden, oder? Mhm. Wenn du draufklickst auf die Karte, kannst du es verbessern, oder... Also mit der einen oder der anderen Währung. Ach, aber okay. Äh, ein Feuerschutz-Upgrade. Zack. Und hier auch nochmal 900 investieren. Echt, ich überlege halt, ob es vielleicht besser wäre, sich das aufzuheben für irgendwas. Ja, Feuerschutz für Notärztin finde ich schon nicht verkehrt. Sanitäter ist halt 2000. Ja, scheiße. Okay. Ich bin ready. Ready or not. Auf dem ich mein ganzes Geld rausgehauen habe, was ich bis Level 6 verdient habe. You better hide. Wenn ich jetzt wieder bei 163 Mark.